Willkommen im Lucille Stadium, liebe Fußballfreunde, ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuss und ich werde Sie zusammen mit Frank Buschmann durch dieses Spiel begleiten. Wir zeigen heute das erste Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Alle fiebern diesem Spiel entgegen. Das Gruppenspiel bei der WM, beide hoffen, beide erwarten sich eine Menge, beide wollen zeigen, dass man mit ihnen rechnen muss. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Und so werden sie heute dieses Spiel angehen. Im Tor ist Eduard Mordi. Khalidou Koulibaly spielt mit Abdou Diallo in der Verteidigung. Idrissa Gueye steht mit Chekou Kouyaté im Zentrum. Und im Sturm sollen es in diesem Spiel gleich vier Angreifer richten. Einer Valencia. Lonsalo Plata. Der Schuss. Kein Problem für Mordi. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung. Tor. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war am Ball. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. 1-0. Das ist aber lieb. Ja, geht gut dazwischen. Ja, das gibt Einwurf. Den Kapier. Der Pfiff der Schiedsrichterin. Hartes Einsteigen, das jetzt eventuell sogar mit Gelb bestraft wird. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Freistoß aus der Distanz, aber echte Gefahr kommt nicht auf. Außer Platz erstmal bei diesem Spielstand. Wehe. Sie gehen dazwischen. Da entscheidet sie auf Foul. Es gibt Freistoß. Keine Gefahr bei dieser Aktion. Ist es das. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Ist das. Estopiner. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Klasse durchgesetzt. Da machen sie zu. Wichtige Aktion. Das gibt Einwurf. alles richtig gemacht von unverteidischen erster vorteil jetzt doch noch verspätet geht er macht er gut genau so musst du in der situation reagieren das sah nachher verwarnung aus keine gute aktion alles richtig gemacht von der schiedsrichterin hier gelbe muss es geben auf jeden fall war gelb würdig hat sie gut gesehen ja da sagt der torwart natürlich dankeschön da haben sie platz jetzt vielleicht der konnte ja ball ist weg und die konnte chance ist vertan gut gesehen vorteil hier aber da wäre jetzt platz da macht er das tor sie ziehen auf zwei tore davon souverän abgeschlossen hier das kann man nicht anders sagen das hat er klasse gemacht hier steht es zwei zu nol sieht alles ziemlich gut aus aktuell die ja und die gelegenheit keine gefahr mehr gut gelöst klärt den seiten aus wird natürlich ein buch geben jetzt ja das ist ein faul das hat die schiedsrichterin natürlich richtig gesehen und ich glaube dafür kann man fast auch eine karte geben für diese aktion gibt es hier die gelbe karte ja und das geht wohl auch in ordnung so flanke kommt ganz weit bringt die flanke unter kontrolle klasse aktion koulibaly setzt sich durch schossen konnte jetzt eine minute gibt es oben drauf so da kommt der pfiff und damit gehen wir nun also in die pause hier im lucile stadium enna valencia spielt es klasse heute er ist immer mittendrin er hat sein tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich und nun kann sie losgehen die zweite spielhälfte in diesem ersten wm gruppenspiel valencia sehr gutes täglich das war wichtig klasse zu spiel riesen chance klasse gehalten richtig starke macht verhindert hier ja den sicheren treffer viel übersicht bei diesem pass schafft sie den abschlusstreffer da packt er seine ganze technik aus und macht ein absolutes traum durch also viel schöner geht es ja das war perfekt das ist ja unglaublich wie der mit dem ball umgehen kann alles offen da lässt er sich nicht zweimal beten macht den treffer und ich glaube diese wiederholung wird der trainer sein jungs noch einige male zeigen da hat in der defensive nichts gestimmt aktueller spiel stand jetzt also 22 platter der pass kommt nicht an war nicht präzise genug wird einwurf geben die chance jetzt sein timing ist schon klasse hier wurde auch vorteil entschieden sehr gute entscheidung die nebenleute bieten sich da schön an aus dieser reingabe wird also erstmal nix das faul wird natürlich abgefügt es gibt keine gelbe karte aber völlig klar noch so eine nummer und dann ist es so weit der ball auf den langen pfosten jetzt weil kommt nicht sonderlich gefährlich pappé abu cc da nimmt eben den ball ab sehr gutes täglich ja mit viel übersicht die fans wollen dass sie was aus der chance machen an die latte sie können sich absolut auf ihn verlassen also das war jetzt eher harmlos aber die szene vorher die war enorm gefährlich ja da muss er schon sein ganzes könnten aufbieten um den zu halten das ist eine super parade jetzt könnte der pass kommen die flanke bleibt hängen sie holen sich den ball die schiedsrichterin gibt das faul und ich bin gespannt gelb hatte es ja schon gegeben der zweiter Ismail Assar, sie lassen Ball und Gegner laufen, die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Abseits angezeigt, sie nehmen den Wechsel vor. Beistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Gibt keine Karte, aber noch so ein Ding darf es sich nicht erlauben. Der Keeper holt sich diesen Ball. Dia. Der Pass wird abgefangen. Das könnte die Chance werden. Gut durchgesetzt, gefährlich. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Noch mal Eckball, jetzt oder nie, das ist vielleicht die letzte Chance des Spiels. Die Ecke kommt rein. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Wieder Ecke. Mal sehen, was sie draus machen. Ecke kommt's. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Den Ball holt er sich. Gut gemacht. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. Ja, ja, Ermahnung gibt es, aber da darfst du dich auch nicht beschweren, wenn's eine Karte gibt. Der Blick zur Uhr, noch sieben Minuten. Gefährlich, der Steilpass. Damit ist dieser Angriff erstmal beendet. Foul, aber Vorteil, geht erstmal weiter. Der Schuss jetzt. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus, da wäre fast der Ausgleich gefallen. Die Aktion wird jetzt also doch noch bestraft. Er sieht hier die gelbe Karte. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Ball ist weg. Da ist die Chance. Da holen sie sich den Ball, sah vielversprechend aus. Oh, viel Platz jetzt. Super gemacht, der macht sein nächstes Tor. Nummer zwei am heutigen Tage. Er zeigt, wie torgefährlich er ist. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Zwei Tore Niederlage also am Ende. Nicht das, was sie sich erhofft hatten. Vorne kam zu wenig. Hinten immer wieder unerklärliche Lücken. Und dann gehst du am Ende unter. Das mussten sie heute wieder erkennen. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Estupinan. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Gut gesehen. Vorteil hier. Ja, das war genau wichtig. Da macht er das Tor. Sie ziehen auf zwei Tore davon. Für diese Aktion gibt es hier die gelbe Karte. Ja, und das geht wohl auch in Ordnung so. Viel Übersicht bei diesem Pass. Schaffen sie den Anschlusstreffer. Da packt er seine ganze Technik aus. Und macht ein absolut... Das könnte die Chance werden. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Noch mal Eckball. Jetzt oder nie. Das ist vielleicht die letzte Chance des Spiels. Ein richtig guter Kopfball. Aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Der Schuss jetzt. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Oh, viel Platz jetzt. Super gemacht. Er macht sein nächstes Tor. Nummer zwei am heutigen Tage. Er zeigt, wie Tor...